Hi, ich bin Hannah. Hi, ich bin Nathalie. Bei uns kannst du in drei Modulen eine MitarbeiterInnenausbildung machen. Von unseren erfahrenen MitarbeiterInnen bekommst du das Wichtigste mit, das du für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen brauchst. Es geht zum Beispiel um Gruppendynamik und Spielepädagogik, Andachten und Kommunikation, theoretisch und auch praktisch. Das heißt, ihr könnt alles auch gleich praktisch ausprobieren und beim letzten Wochenende ein eigenes Gruppenprojekt planen. Wenn du alle drei Module abgeschlossen hast, kannst du zum Beispiel als MitarbeiterIn bei unseren Freizeiten dabei sein oder in deiner Kirchengemeinde Angebote machen. Wenn du darauf Lust hast, bist du genau richtig bei uns. Und eine Julai-Card, das ist die JugendleiterInnen-Card, kriegst du am Ende auch bei uns, mit der du viele Vergünstigungen bekommen kannst. Also mach mit! Wir freuen uns auf dich!